Stuttgarter Hörspiel, Stuttgart 21. In den allerfeinsten Kaffeehäusern, da verkehrten wir, mein Freund Mappus, mein Freund Schuster und auch ich. In den allerfeinsten Kaffeehäusern, da verkehrten wir, mein Freund, mein Freund Schuster und auch ich. Gegenüber saß ne Dame, sie sah reizend aus, sie sah Mappus, sie sah Schuster, sie sah mich. Gegenüber saß ne Dame, sie sah reizend aus, sie sah Mappus, sie sah Schuster, sie sah mich. Und als echte Kavaliere luden wir sie dann mal ein, Malut, Mappus, Malut, Schuster, Malut, ich. Und als echte Kavaliere luden wir sie erst mal ein, Malut, Mappus, Malut, Schuster, Malut, ich. Und zu Hause angekommen, zogen wir sie erst mal aus, Malzog, 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 ich. Und zu Hause angekommen, zogen wir sie erst mal aus, Malzog, Malzog. Bestimmt, da muss es kommen, Mappus, Schuster, es muss kommen, wie ein Peitschenschlag, dann. Wenn der eine bumst, hat der andere faust, Malbums, Malbums, Schuster, Malbums, ich. Und zu Hause, oh, Moment, wenn der eine bumst, hat der andere faust, Malbums, Mappus, Malbums, Schuster, Malbums, ich. Und nach 36 Wochen kam ein Brieflein an, eins für Mappus, eins für Schuster, eins für mich. Und nach 36 Wochen kam ein Brieflein an, eins für Mappus, eins für Schuster, eins für mich. In dem Brieflein stand, dass wir Papa wären, Papa, 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 ich. In dem Brieflein stand, dass wir Papa wären, Papa, 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 ich. Die Moral von der Geschichte, Pums, zu dritt, ne Dame nicht gilt für, gilt für, gilt für, gilt für mich. Die Moral von der Geschichte, Pums, zu dritt, ne Dame nicht gilt für, gilt für, gilt für. Und jetzt kommt die neue Moral, die Moral von der Geschichte, schleift den Stürger der Bahnhof nicht, gilt für, gilt für, gilt für, gilt für. Die Moral von der Geschichte reißt ab den Stürker der Bahnhof nicht, gilt für... ...Gilt für... ...Gilt für mich, Kulttrio!